Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Meinung. Nicht nur meine, sondern hoffentlich auch eure. Also schreibt mal gerne eure Meinung zu dem kommenden Thema gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follower bei Spotify, eine Bewertung bei iTunes und, und, und. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch mal zum Thema. UFC-Boss Dana White hat heute bestätigt, dass Israel Adesanya den nächsten Titelkampf im Light Heavyweight bekommen wird. Das heißt, Israel Adesanya vs. Jan Blachowicz steht jetzt fest. Damit sehen wir am 6. März 2021 bei UFC 259 im Main Event Adesanya gegen Blachowicz. Und prinzipiell muss ich sagen, ist sowas natürlich immer was ganz Cooles. Das heißt, wir haben hier ein Superfight, Champion vs. Champion. Adesanya bekommt die Chance, Double Champion zu werden. Damit wäre er in einer Reihe mit Emmanuel Nunes, Conor McGregor, Henry Cerudo und Daniel Cormier. Alle waren gleichzeitig Champions in zwei Gewichtsklassen. Noch hat es übrigens keiner geschafft, in drei Gewichtsklassen gleichzeitig Champion zu sein. Henry Cerudo hatte da mal einen kleinen Anstoß nach vorne versucht. Wollte ja Featherweight, Bantamweight und Flyweight. Aber den Titelfight in Featherweight war das, hat er nie bekommen. Außer jetzt, wo Wolkowski, der ja auch relativ klein ist, da sollte es, ja, da gibt es halt ein bisschen Trash Talk. Aber ich denke nicht, dass es dazu im Kampf kommen wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Sprechen wir mal ein wenig über Blachowicz gegen Adesanya. Prinzipiell, wie gesagt, ist das ein Superfight. Und so super finde ich das gar nicht aus einem Grund. Wir haben in beiden Gewichtsklassen eigentlich genug Contender. Wir haben im Mittelgewicht der Gewichtsklasse von Israel Adesanya eigentlich ein Robert Whittaker, der sich seinen Titelkampf verdient hat. Robert Whittaker hat jetzt sehr, sehr stark gegen Jared Cannonier gewonnen. Hat vorher schon sehr, sehr stark gegen Darren Till gewonnen. So, warum gibt man ihm jetzt nach zwei sehr, sehr starken Siegen nicht erneut einen Titelkampf? Nur weil er gegen Adesanya damals sein Gürtel verloren hat? Das ergibt keinen Sinn. Whittaker hat sehr gut performt. Nicht gegen Adesanya, das stimmt. Aber erinnern wir uns mal an Whittaker gegen Romero. Whittaker gegen Till, gegen Cannonier. Whittaker ist immer noch ein Biest, ein Reaper, wie sein Spitzname schon sagt. Und warum meidet man jetzt also Whittaker gegen Adesanya 2? Warum spricht man von Whittaker gegen Paolo Costa um ein Interim-Gürtel? Womit hat sich Paolo Costa einen erneuten Titelkampf verdient? Weil sicherlich hat er es sich nicht mit der Performance im Titelfight gegen Adesanya verdient, weil das war einfach eine Nullnummer. Dementsprechend finde ich es schade. Im Light Heavyweight haben wir etwas Ähnliches. Wir haben einen 41-jährigen Glover Teixeira, den alle abgeschrieben haben. Alle haben gesagt, hey Teixeira, Mann, der ist zu alt. Jetzt guck dir mal an, wie alt er ist und was weiß ich. Zuerst hätte Teixeira gegen den verlieren sollen, dann gegen den und dann gegen Anthony Smith wieder verlieren und, und, und. Und Glover Teixeira hat Anthony Smith im Kampf die Zähne rausgeprügelt. Dann hat er gegen Thiago Santos gewonnen. Thiago Santos, der eine ganz, ganz knappe Split-Decision gegen John Jones verloren hat. Und nun bekommt Glover Teixeira keinen Titelkampf. Was ich persönlich schade finde, weil Teixeira ist nun mal nicht mehr der Jüngste und es ist klar, die Kämpfer werden nun mal nicht besser, je älter sie werden. Zumindest, wenn wir jetzt von einem Alter von 41 ausgehen. Ist mir auch klar, dass ein 20-Jähriger wahrscheinlich noch besser wird, wenn er älter wird. Aber ein 41-Jähriger nicht unbedingt. Also, gebt uns doch bitte Glover Teixeira gegen Jan Blachowicz, Whittaker gegen Adesanya und dann kann man immer noch gerne den Champion aus dem Middleweight gegen den Champion aus dem Light Heavyweight antreten lassen. Aber aktuell fände ich es einfach besser, wenn wir diese Paarung sehen würden. Nichtsdestotrotz wird das ein super Fight. Das wird ein riesengroßer Knaller, gar keine Frage. Ich werde mir den Kampf auch anschauen und klar darf man gehypt sein, weil hier trifft die Polish Power auf einen sehr, sehr, sehr intelligenten Striker wie Adesanya und da werden wir mal schauen, ob Blachowicz nicht vielleicht ein bisschen zu viel Power für ein Israel Adesanya hat oder wie das Ganze ausgehen wird. Das ist meine Meinung. Ich freue mich, aber würde andere Kämpfe lieber sehen. Und was ist mit euch? Schreibt es unten rein. Folgt WeLoveMMA bei Instagram und Co. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Frohes Neues an euch alle. Ciao, ciao. Ciao, ciao.